der oder silber da silber oder auch nicht schlecht muss bloß gucken dass ich nicht zu gierig werde das ist wahrscheinlich auch eine kleine silberader hier ernsthaft wie viele sind da jetzt reingefallen wurde durch weiter und ja ich hatte recht muss vorsichtig sein mit der ecke hier weil sonst er lasst die ecke mal weg das wurde nicht auszusehen in den raum da ist noch drachen blut unter dem silber ich hoffe mal unter dem silber sie noch mehr drachen blut nein dafür ist das stein das ist doch drachen blut ja und das ist auch drachen blut hier nett hier muss ich aber auch wieder aufpassen so sehen ich aus versehen hier rein grabe und dann ein problem habe aber wir haben endlich räume unter uns entdeckt okay was ich entdeckt habe ist eine riesen drachen blut ade das heißt ich kann wirklich eine kleine armee aus und sterblichen züchten ich muss dazu noch vorher titan finden so silber gold ne gold keins doch hier oben ist ein bisschen gold das kommt aber später dann so sorgen wir für noch mehr zufriedenheit indem wir noch ein gutes bett bauen und noch ein bisschen stein wände platzieren wie lustig dass sie den block da noch gar nicht ignorieren ja da guckt mal ein haufen silber noch aber in den raum will ich noch nicht rein buddeln ich hätte gern noch einen jung zwerg auf jeden fall eigentlich hätte ich gleich gerne zwei so wenn die hoch genuges level haben fünf dann werden sie zu fernkämpfern und einer von euch beiden wird schon mal zum nahkämpfer so da ist nichts versteckt ach du griffst hier oben jetzt weiter machst du auch gut und der hier ist gierig aufs drachen blut frischer forschungspunkt für bald bessere spitzhacken ich würde hier am liebsten mal eine tür setzen habe ich denn eine schöne tür ja massive holztüre nein noch mehr ressourcen im thronssaal naja gut warum nicht wir haben ja zurück hier nicht so viele löcher zum stopfen hier ist Eisen das ist gut Eisen ist sehr gut ich hoffe da ist noch mehr Eisen nachher und 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 Ja, sieht auch alles schon mal ganz nett aus, wie wir es hier bauen. Außer halt das Loch und das Loch und der Thronsaal und die drei Löcher und die beiden Löcher hier. Also zum Beispiel der Raum hier ist fertig. Ich könnte dich zum Beispiel da hinstellen, da störst du auch niemanden. Dann laufen halt die Zwerge alle links herum. Also im Uhrzeigersinn um das Spawnportal herum und nicht gegen den Uhrzeigersinn. Sie sind halt nicht hier drin gefangen, sie können halt hier rumlaufen. Ich könnte es sogar noch gemeiner machen, könnte das Ding hier hin platzieren. Aber, ne. So ist okay. Klar, noch mehr Silber, warum nicht? Genau, macht er oben mal fertig. Und wenn wir da schon dabei sind, noch eine Forschungsstation wäre nicht schlecht und die können wir uns auch so leisten, einigermaßen. Hier sind jetzt wieder zwei Steine und zwei Goldadern nebeneinander. Also eine Stein und eine Goldadern nebeneinander. Und da ist noch mehr Stein. So, der erste von den Zwergen, der... Ne, die beiden wollte ich zum Militärs machen. Das ist dann auch in Ordnung. So, nein. Oh, das ist eine große Goldadern. Ich glaube, da ist wieder was verpackt, weil ich eine Doppelbelegung gemacht habe. Die ist jetzt aber zum Glück weg. Und Stein und so wie noch. Der Random-Ressourcen-Generator, der muss es mir ja nicht gerade leicht machen, aber... Ganz ehrlich, wenn ich nachher die richtigen Forschungen dazu habe, ist das sowieso viel einfacher. Ich glaube, da ist das sowieso viel einfacher. Ja, wenn ich mal raten dürfte, würde ich sagen, hier unter dem... Hier ist nochmal ein Stein. So, bessere Spitzhacken, danach kommt der Plattenpanzer. So, bei den beiden müssen wir auf Stufe 5 warten. Ah, mehr Stein. Warum nicht? Und ja, Drachenblut verkaufen. Kann ich wohl nicht. Wahrscheinlich, weil ich zu viel Gold habe schon. Ach, schade, da ist nicht viel Eisenblei rumgekommen. Dafür ist hier wieder viel Stein. Und hier ein bisschen Silber. So. Gut, das war das Silber hier. Jetzt fehlen noch die Ressourcen da oben. Ach ja, und hier unten. Ja, hier alles zumachen wird auch noch spaßig. Wo ist mein anderer Bergarbeiter hier? Ist das euer Ernst, dass hier wieder ein Silbervorkommen ist? So, ich hätte dich gerne eingesackt und hier oben zum Graben verdonnert. Und dann bitte das hier einmal ausgraben. Und nachher muss ich dann überall Flickenschusterei betreiben. Können wir gerade nichts Spannenderes vorstellen. Ich kann zum Beispiel dich schon mal hier rausschaffen. Toll, mir fehlen vier Eisen. Und hier oben ist, glaube ich, kein... Ah, doch. Du gibst aber leider nur Gold, kein Eisen. Und Orgs kann ich leider nicht verkaufen. Beide hier. Ich nehme wieder hunting. Und da unten ist ja, glaube ich, kein Erland. Ja, ich kann au gusta. Und ich wollte den Armant游 você zwar nichtquivlstellern. Gut, ja. Gut, ja, den Armant? Ja, das istry, und Monat. Vongomzię Cambodia.